Dieses Lied habe ich für einen Freund von mir entwickeln lassen, der einen sehr lustigen Namen hatte, aber darüber sehr traurig war. Und dieser Name lauptete... Jan Pillemann Otzel, Pillemann Otzel, Arsch, Jan Pillemann Otzel, Arsch, Jan Pillemann Otzel, Arsch, Jan Pillemann Otzel, Arsch, Jan Pillemann Otzel, Arsch. Er konnte feiern ohne Schlaf, Jan Pillemann Otzel, Pillemann Otzel, Arsch, Jan Pillemann Otzel, Arsch, Jan Pillemann Otzel, Arsch. Es gibt Menschen, die heißen Krause, singen Lieder von zu Hause. Dann gibt es Menschen, die heißen Meier, mindestens einen auf jeder Feier. Und es gibt einen, das ist interessant, den hat man Jan Pillemann Otzel, Arsch genannt. Jan Pellemann, Jan Pellemann, Osser, Arsch! Jan Pellemann, Jan Pellemann, Osser, Pellemann, Osser, Arsch! Es gibt Menschen, die heißen Bäcker oder Konstantin oder Wecker wieder an der R.E. heißen einfach Oliver oder Geißen und es gibt einen, das ist interessant den hat man Jan Pellemann, Osser, Arsch genannt Jan Pellemann, Jan Pellemann, Osser, Pellemann, Osser, Arsch! 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 Jan Pellemann, Osser, Pellemann, Osser, Pellemann, Osser, Arsch! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.